jo leute und willkommen zu einem neuen video und das ist heute mal eine kleine runde lol beziehungsweise one for all und ihr seht schon ich kommentiere das gerade nach das liegt nämlich daran dass ich das mit plays tv aufgenommen habe und ganz vergessen habe dass im hintergrund noch eine spotify plays lief ja und das erste lied das wäre auf jeden fall geklämt worden in deutschland da musste ich das jetzt einfach nachvertonen weswegen ich das halt hier auch gerade macht und beim rest muss ich jetzt einfach gucken ich werde es jetzt einfach rennen und hochladen und es wird wahrscheinlich so sein dass keine werbung draufschalten kann aber solange ich das wiedergeben kann juckt mich das halt eigentlich auch gar nicht ja one for all werde ich nachher wahrscheinlich mal gleich erklären ich habe übrigens nochmals eine runde mit weger gespielt mit dominik selbst problem aber auch mit plays tv da bin ich mir nicht so sicher ob ich das zeigen kann wie schon gesagt ich werde es einfach schneiden rennen und hochladen und wenn ich es halt veröffentlichen kann werde ich veröffentlichen wenn nicht werdet ihr es halt sehen in dem sinne dass ich es halt nicht sehen ja sieben sledge auf jeden fall one for all was ist das für ein spielmodus für die leute die es vielleicht nicht kennen das ist momentan dieses wochenende einfach ein spielmodus der hinzugefügt wurde wo fünf leute abstimmen können über eine champion und der der halt am meisten abgestimmt wurde wird dann für alle gepickt das heißt wir spielen hier gerade mit fünf lux mit fünf lux ist keine ahnung gegen fünf asias ja ist eigentlich eine ganz lustige runde gewesen und deswegen dachte ich mir ja komm da zeigst du das mal wie schon gesagt die runde mit weger die war mindestens genauso schlimm aber ist halt auch wieder musik im hintergrund die ich eigentlich gar nicht verwenden darf ich schon gesagt ich gucke einfach ob es bringen kann und wenn ich es nicht bringen kann dann wird es nicht kommen aber ich werde es halt versuchen trotzdem zu bringen mal gucken ja ich wollte jetzt einfach auch noch kurz die coolen sehen noch mit einblenden die noch passiert sind während der sache wo ich das eigentlich ja da rausschneiden müssen sie weswegen ich das halt jetzt nach kommentieren und ja kann mir jetzt eine zeit lang kein bürsten mehr deswegen dachte ich mir da kann sie es eigentlich auch hier gleich mal wieder mit einbinden hatte einfach in letzter zeit keinen bock großartig das zu bringen beziehungsweise es kam auch noch evt und der ganze schrott und das ist ja kein schrott aber okay ich muss jetzt weg weil jetzt steigen wir in das richtige video ein viel spaß dabei auf jeden fall und ja bis zum nächsten mal wie kann die luxe müssen ja mal doch gerade nicht so frisch potenziell blöde ich nicht obendeutig ist voll scheiße ja ja aber wir können jetzt nicht zu zweit top gehen wo ist eigentlich besser wäre wollen wir die anderen luchsen machst und haben schon jetzt habe ich gemisst eine andere luchse macht backport irgendwie geht das ja noch nicht so stark auf den sack die kommen halt selber auch nicht ran gegen uns distanzen du machst kein backport weil ich freue mich schon auf die ulti aber level den hallo ihr beslammacht konnte der mal bitte echt ja ja wobei die sind auch jetzt level 3 ne voll der pusher halt nur irgendwie boi joi jetzt macht's damage ja nicht dass die dann aber nicht mehr hier runter oh nein wow alter die wasser alter alter die wasser haben ein bisschen damage gemacht ja okay jetzt haben wir eine luxe top lane das geht eigentlich nein die andere luxe hält halt die anderen auch im schacht ey what the fuck na klar alter der modus und earth ja das habe ich auch schon gerade so gedacht das ist einfach ultra oberkill einfach die ulti die ganze zeit dreifach oh scha- was ja oh bitte oh was macht die alter what the fuck wow ja ok nicht mal die haben kill bekommen wow 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 stop oh jetzt die ulti ne das wär zuoo legend irgendwie also oh warte täh die luxe oben hat schon wieder voll gegen gepusht ey ja ist echt so und gekillt ne das war die andere luxe ja welcher ich schulde oder hier unten oder ich glaube es war die mittlere luxe ja muss ja alter wege ja genau das wäre eine idee alter die ulti einfach dreimal auf jemanden drauf fünfmal auf jemanden drauf das ist nicht mal nötig aber du kannst ja andauernd die w drauf aufballern das macht ja so viel schaden andauernd und dann nehmen ja guck mal das gerade da ok wow ja schon irgendein luxe irgendein luxe gibt ja nur fünf ja ja ich kann die stacks auch von anderen leuten nehmen das sieht man ja weil deine stacks anders aussehen ja das macht er die ganze zeit piu 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 jetzt den tower einweisen junge ja ja locker easy ja locker easy ja locker easy ja locker easy oh nein da kann jemand gut luxe oh ich hab ne stack drauf oh warum kam das so verzögert welche luxe ach ich dachte grad ich wäre die andere luxe aber ja du solltest es besser erkennen Ja, eigentlich schon, ne? Ich mach auch noch mal hier. Okay, alles klar. Es explodiert einfach alles. Alter, es steht halt 8-1, ne? Ja. Ey, neun. So lächerlich nach. Das ist eigentlich so mit meinem Spiel. Okay. Okay, da kommt Asien. Warte mal. Ich hab keinen Mann. Ach, den Asien? Okay. Oh, schade. Ja, der hat gewollt, alle. Richtung. Wall-E. Ich will ja mal stun. Ah, schade. Ah, das war keins. Oh, da kommt Asien. Er ist gestunt. Oh, Gott. Ja, jetzt geht's. Oh, nice. Oh, LOL. LOL. Nein. Oh, der hat noch gehealt. Dann sind wir da in dem Asien verreckt. Ja, entweder. Wie war er jetztshirtlich? Über Wall-E. Oh, der ist die Wunsch. Echt irgendwann. Es ist jetzt dein Vater. Und das ist jetzt die Wunsch. Wir haben jetzt keine Sophie. Ja, wir sind die Wunsch. Oh, Mann. Ich kann gar nicht mehr drauf machen. Ich kann gar nicht die Wunsch. Und das eine war, bin ich gestorben und das ist der einzige Kill, den die gemacht haben. Voll ärgerlich. Ja. Ich bin jetzt fünfeinhalb. Was sagst du? Läufe? Fünf, drei Viertel? Obwohl eher... na... Vier Fünfte? Keine Ahnung. Okay. Voll reindrücken einfach. Okay, einfach durch den Tower Zeug laufen. Ja, ist echt so. Okay, der ist hier, stirbt. Der ist hier, stirbt. Oh Gott, ich hab Ulti. Leider noch nicht. Der war bei Ignite ab. Boah, wenn wir alle auf den Ulten würden! Ich hab... ...gemisst. Ah, ich bauke den einfach down hier. Ah, der war nicht mal getroffen. Fuck. Hä? Alter, die was an? Geh doch weg! Was machen die da? Hä? 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 Was machen wir hier? Ich kann die Tower machen da schnell. Na okay, hat sich erledigt. Ah! Ah, jetzt hab ich auch Ulti. Ah, was sein? Ah! Sind jetzt alle Level 6. Achso, die anderen sind schon 9 und 8. Okay, alles klar. Alles klar, da hat jemand gewollt. Was? Oh, aua. Oh, lol. Oh Gott. Ich geh kurz weg. Alter! Wer hat den Kill bekommen? Hä, ich hab dein Assist bekommen. Wow. Hahaha. Aber das war echt synchron, ey. Er hat wohl reingepallert. Wäre cool, ne? Wollen wir mal toplayen gehen? Boah. Luchs. Haha. Luchs. Haha. Cool. Alle da Ulten. Oh, eine Ult Power noch. Ich hab keine Ulti. Erst in 10 Sekunden. Ich auch nicht. Erst in 40. Ich weiß nicht. Naja, nicht wütig. Okay. Schade, er hat den Kill nicht bekommen. Ja, hab ne Ulti. Jetzt wieder Botlane rasieren. Wollen wir mal den Blubuffen besser angry machen. Oh, ist so sad, Alter. Das war ganz knapp. Boah, ich hab gleich mal ne... Okay, ist nicht nötig. Hat das eh einen Luchs, ey. Oh. Ich stell dir mal noch 1,7, ne? Also 1,07. Okay, der ist hier, macht die Flocke? Nö. Oh, doch. Schade. Ich dachte so, voll in Geometern. Hey, der Tower ist nicht mehr aufgebaut? Wow, jetzt hab ich diesen Zeitsfaden. Wow. Oh, fuck. GG. Fuck reproduziert, GG. Muss ja nochmal in den Tower gehen, vielleicht geht der dann weg. Nö. Er ist weg aus der Tower. Sieht halt einfach so dumm aus. Ich finde das aber so lustig, dass das echt die ganze Zeit trackt, egal. Und das funktioniert wunderbar, ne? Also, wenn das eine Funktion sein sollte, wär's... Okay, ja. Schledert aber noch? Ja. Oh, nice. Hulten. Ja. Oh, wieder nicht den Kill bekommen. Oh, Mann. Ich hab in 3 Sekunden Hult. Alle treffen ihn, ne? Ach, ne. Ich dachte, das war grad der Tower, der so wenig hat. Oh, wieder nicht den Willkommen. Hä? Alter, nicht schon wieder einen Tower! Ohhhh. Ich krieg jetzt den Bug. Na, niemand. Er ist gestand. Hahahaha. Alter. Und wieder nicht den Willkommen. Eigentlich auch nicht. Ja, der... Der steht 614, unser Botlane-Typ hier. Ja. Ja. Andere Looks. Oh, cool ist der der. Alter, das ist 21, ey. Das ist so dumm, ey. Der eine ist hier, feiert sich jetzt bestimmt für den 1-Kill. Wie? Ja. Ah, hier kommt ein CP, okay. Ja, CP wäre eigentlich gar nicht mal so dumm gewesen. Ja. Ah, Ignite ist auch gut. Ja, Ignite bringt's hier nicht so. Hab ich schon 2 Kills, glaub ich, von meinen 3 mitgemacht. Okay. Wow, er hat geflasht. Er hat aus meiner Ulti raus geflasht. Ja, wir haben ja noch eine Backup-Buld, ne? Wenn er noch da bleibt, kann ich schon... Oh, Ulti. Naja, der ist definitiv weg. Das sieht so komisch aus, wenn da ein Tower ist, auch auf der Map. Es fällt mir ernsthaft auf, dass das auch auf der Map angezeigt wird. Ich mein, wir den Tower haben die schon... Also, die haben schon gut gedacht. Aber es ist halt... Bringt halt nix gegen Lux. Ah, ah, ah. Oh, schon wieder. Ich dachte, der läuft weiter. Oh, warum? Oh ja, ich hab schon zweimal von Tower bekommen. Wir brauchen alle mehr Damage. Wir brauchen halt nicht mal ein Teamfight. Nö, ö. Oh, shit. Die Lux macht den heute trotzdem mal gefahren, ne? Oh, Leute, der ist überslow. Warte mal. Ah, sieh ja, no, eh. Oh, nein. Das macht voll Sinn, ey. Ja, sie hat kein Smash mehr. Alter, wir sind alle so low. Alter, die Lux in der Mitte, ey. Das war ich gerade. Achso. Hä? Ich hab die Krabbe gerade insane gekillt? Oh, nein. Jetzt steht es 223. Oh, nein. Ich glaub, wir verlieren das. Was? Oh, nein. No, we, we lost. Oh, we, we lost... Oh, we lost. It's going. Stop going 3. Hä? Hä? Ja, der will nicht mehr, dass er zu dritt auf die Bucke heim. Ist doch egal. Wir könnten sowieso jetzt auf alle Lanes gehen, wir rubbeln die weg, obwohl eigentlich wäre mal Toplane ganz gut. Oh. Oh nein, der hat nicht mehr so viel Leben. Wow. Nicht mehr so viel Leben. Aber ein bisschen. Oh Mann. Ich will die Scheiß-Grabbe nicht. Okay. Ich war ja eben gerade mit Lane schon. Ja, irgendwie lösen sich die Arceus überall auf. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ist so 25 zu 2. Alter, lol. Hast du das gerade gesehen? Arceus-Matter. Guck mal, Ringo. Arceus ist doch gar nicht das der andere. Ich weiß ja gar nicht, du wärst bei mir. GG. Steht vor allem drüber. Ja, aber da gucke ich nochmal auf. Ich kipp's ja im normalen Game auch nicht drauf, was da für ein Name steht, sondern anhand des Champions weißt du ja, wer da spielt. Schon. Ich glaub, das Game ist gewonnen. Ne, wird knapp. Weil die haben bestimmt richtig Bock noch. Ja, denke ich schon. Kann aber auch sein, dass mit Fake halt auch richtig dumm ist. Also, dass es nicht funktioniert. Naja. Aber weißt du, auch der Stun die ganze Zeit? Stell dir mal vor, jemand ist gestunnt und alle machen die weh drauf. Oh, nein. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Listen, Terry. Ich pushe ja gerade. Okay, jetzt kann ich nochmal pushen. Brauche ne Wave. Kann man mal jemanden kurz ne Wave zur Verfügung stellen? Ja, denn ich hab ja die Heil. Okay, dinks. 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 Ich glaub, die Asi ist am besten Bock mehr, oder? Ja komm ran, Asi. Ja komm. Ja komm. Ja komm. Ja komm ran. Oh lol, der ultet das mal. Okay. 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 Nice ult. Oh lol. Ich hab ja echt noch Bock, ey. Werden die Turret Destroys von denen eigentlich auch das richtige Turret Destroys angerechnet? Mhm. Eigentlich doch, oder? Mhm. Schöne. Müsste ja dann sonst da stehen, in dem Tab View, Menü. Achja, stimmt. Da hätten wir schon mehr als fünf. Oder sechs jetzt halt in dem Fall. Alter, Ludensecher ist da gerade. Ja schon, irgendwie. Da haben wir ja auch drei Leute Ludensecher. Wir haben generell irgendwie voll das identische Bild. Ja klar. Paar haben noch Boots. Ein paar Boots. Oh lol. Oh lol. Oh nein. 3,0. Äh 3,33. 3,33, alter. Oh ne. Nein. Wo kam die Ulti her? Warum hab ich meine Ene gezündet? Oh lol. Der wird down gegangen. Oh mein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, der Asier. Ja, der Asier. Ich glaub, die haben andere Sorgen hier gerade so ein bisschen. Ne. Und TP abgebrochen. Und down. Und TP abgebrochen. Weißt du, der Asier kommt Botlane und geht Botlane. Das ist halt so dumm, ne? Es ist so dumm, das Spiel. Ey, wo ist der Boy hin? Luchs kommt. Ach, da ist er. 2 HP ey. Aber nicht mit mir, Junge. Doch mit. Lol. Ey, diese Aura von der Ulti, ne? Ja, schon. Alter. Ach so, es ist ein bisschen weggebrochen ist. Wollen wir nicht? Alles safe. Boah. Okay. Mach ich halt das mal. Von irgendeinem Asier vielleicht? Ach, von dem da, ja. Stimmt natürlich. Von dem Asier. Lass mal Baron noch. Hauptsache, ne? So viele Luchse. Luchse? Aber der Minion kriegt den Dings Power. Ja, ist echt so. Es sieht so dumm aus. Überall Luchs, ey. Weil wenn die alle die Gruppe-Bewegung machen würden. Ja. Oder alle lachen würden. Boah, Alter. Diese Ulti ist doch einfach komplett da oben. Ey, Paz. Hein theoretisch müsste jetzt wieder eine Luchs sterben, damit sie wieder im Verhältnis steht. Weil es war immer so 10-1. 20-2. 30-3. Stimmt. 40-4. Immer so im Verhältnis 1 zu 10. Ich will auch mal nicht sterben. Ja, ohne. Ich bin schon einmal gestorben. Wir müssen ja sterben. Du musstest sterben? Ja, du bist der einzige der noch sterben müsste. Okay. Dann geh ich mal weg. Okay. Ich glaub die Lux ist Legendary geworden. Ich bin schon die ganze Zeit Legendary. Mit 14-1. Ich glaub ich muss noch aggressiver spielen. Warte mal kurz. Was musst du spielen? Aggressiver. Das war fast... 43-3. Hm. 44-3. Wollen wir vielleicht noch warten und noch ein paar Kills machen? ja. Hey, war ich ein Bachelor. Hey, war ich ein Bound dIbE? Nicht den Nexus machen! Oh Gott, ich sterbe. Nein. Nein! Oh! Oh nein! Oh, ich bin noch gestorben! Aber ich bin noch legendary geworden. Hey, sind gerade bei viele gestorben, ne? Alles klar. So war das nicht gedacht mit many kills. Wow. Guck mal die Top-Lane und Bot-Lane-Tower an. Hast du eigentlich deine Wege-Skill? Nee. Nee schon. Du der kleine Haus, du du verrasst. Sauuu Wie lange dauert denn eigentlich so eine hochzeit? Lang, normalerweise. Ja, was redet ich da? Johannes hat Hochzeit gehabt. Das war, das war eine, eine Metapher. Wenn Johannes heute Abend noch kommt, können wir haste machen. Der kommt doch nicht. Wenn er noch kommt, ist er stocke dicht. Ja, dann ist recht. Dann darf der aber nix liegen und nix fahren überhaupt nicht. Wollen wir nachher mal was anderes spielen? GTA? Ja, wer nötig. CSGO? Nee, nee. Worms? Worms. Wörens? Juhu. Juhu. Überall, alles voll mit dir. Ich hab grad einfach zwei Kills mit der Wind gestrumpft. Mein Worm. Ja, mal den genau da. Alter, aber die Turmen, die gehen schon bis auf den Sack. Ja, mittlerweile machen die halt auch Damage, ne? Ja. Aber deswegen werden die jetzt erst noch gewinnen. Wir spielen also gegen Heimat. Nein. Hä, warum hab ich meine Weges gedacht? Wir spielen gegen fünf Arziers. Mit fünf Lux. Mit fünf Lux. Und es steht 51 Sieben. Und es steht 51 Sieben. Wie heißt das? Einer für alle. One for all, ja. Richtig. Ja, das ist voll in der Deutsche. Oh. Ja, komm, lass finish. Ja, komm, lass finish. Ey, komm. Die wollen doch nicht, dass wir finishen. Ah, schade. Finish von alleine. Scheiß. Super Basal. Fick dich. Das war einer. Ne, wie auch gesagt. Fick dich. War zu schwer. Ah, zweimal gestorben. Scheiße. Ich dachte, ich gehe zu Null raus. Das war einer. Ja. 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 Ja.